Ja, geh da drauf, du gehst da drauf. So, weiter, weiter, weiter! Mein neuer Among Us Merch ist jetzt online auf pad-shop.de. Schaut gerne in die Beschreibung. Es wird, wie gesagt, der letzte Among Us Merch sein, den ich jemals rausbringe. Falls ihr also noch einmal Among Us Merch haben möchtet, schlagt jetzt zu, denn danach werdet ihr keine Chance mehr haben. Link in der Beschreibung. Kurze Info, dass heute um 18.15 Uhr ein Livestream stattfindet. Ihr könnt mitzocken, schaut vorbei, bis später. So, Leute, ich werde mal wieder alle Imposter aufessen, damit ich der Gigant werde hier in dieser coolen Runde. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie groß ihr seid. Also, ich bin mir sicher, dass mein Crewmate definitiv größer sein wird, aber wir werden es sehen. Und, Leute, ja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Mod gefällt und ob ihr auch noch weitere Ideen habt. Denn wir sind, wie gesagt, gleich als Gigant-Imposter unterwegs. Denny guckt mich schon so unschuldig an. Will er nicht wegrennen? Okay. Denny steht hier so unschuldig rum. Also, wie gesagt, ich kann andere Spiele aufessen und im Zuge dessen werde ich größer. Ich laufe ihn einfach mal hinterher. Mal gucken, ob die Angst haben. Mal gucken, ob die Angst bekommen. Oh, Ejolik, Ejolik, Ejolik hat noch ein bisschen Angst, ne? Ein bisschen Angst bekommt er, lol. Okay, der ist ganz schön schnell unterwegs, ne? Naja, so viel zu der Thematik. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz einmal die Lichter aus. Mal schauen, ob hier jemand hinkommt. Freiwillig. Oh, Pharos. Pharos? Ich will sie noch ein bisschen verschonen. Also, die anderen Spieler können miteinander reden. Und, ähm, also nur ich bin gemutet. Und ich würde sagen, als allererstes soll ich mir Kerbo gönnen? Komm, ich gönne mir jetzt mal den allerersten Bissen. Ja, mhm, lecker. Ich habe Kerbo lecker aufgegessen. Die müssen natürlich alle Aufgaben erledigen, um zu gewinnen. Und wir sind ein Stückchen größer geworden. Hä, lol, warum rennt der einfach zu mir, Friedit? Hat auch nicht mal kein bisschen Angst, hat der? Okay, wundert mich gerade ein bisschen. Aber ich würde sagen, ich schneide einfach mal ganz kurz ab. So, und... Oh, Danny. Moin, was geht, Danny? So, und, kann ich ihn essen? Jawohl, der ist aufgegessen. So, ich bin wieder ein Stückchen größer geworden. Sieht halt so lustig aus, wenn ich immer größer werde. Allein das Wenden und so sieht super lustig aus, meiner Meinung nach. Okay, also, zwei sind aufgegessen. Das heißt, wir haben aktuell noch drei auf dem Speiseplan. Oh, Faro dreht wieder um. Äh, drei haben wir auf dem Speiseplan, bis das Spiel zu Ende ist. Ich würde sagen, Faro, kommst du her? Lol, der ist jetzt hier reingerannt. Kann ich ihn durch die Wand essen? Nee, das geht nicht. Okay, durch die Wand kann ich ihn tatsächlich nicht essen. So, ich mach mal jetzt hier einfach alle Türen zu. Wobei, das war jetzt ein bisschen doof, merke ich gerade. Ich mach mal hier alle Türen zu. So, jetzt bin ich ja sowieso draußen. Und jetzt hole ich mir den nächsten, Leute. Jetzt gönne ich mir den, äh, ja, den Aeolic. Schön serviert mit Ketchup und Mayo auf einem Burger. Lecker! Alter, wie groß ich einfach bin, ne? Oh mein Gott! Friedis und Anja sind hier auf jeden Fall auch am Start. Ich würde sagen, so eine leckere Anja auf dem, äh, ja, auf dem Teller serviert, das wäre ja auch was Tolles. Oder, Leute? Ich würde sagen, Anja auf dem Teller, das gönnen wir uns auch nochmal in drei, zwei. Obwohl, Anja rennt gerade nur weg. Ich will mal gucken, wie lange sie von mir wegrennt, bis sie aufhört wegzurennen. Hahaha! Was macht sie? Was macht Anja? Denkt, hä? Was? Denkt, hahaha! Okay, die Anja soll jetzt hier drauf gehen. Geh hier drauf, geh hier drauf, Anja, geh hier drauf. Du gehst hier drauf, du gehst da drauf. Geh hier drauf. Hier sollst du drauf gehen. Hier gehst du drauf, genau, da gehst du drauf. Jawohl! Ja, geh da drauf, du gehst da drauf. So, weiter, weiter, weiter! Okay, sie wollen es nicht anders, sie wollen es nicht anders. Oh mein Gott! Ähm, ja, wäre sie da drauf gegangen, hätte ich sie wahrscheinlich verschont. Ich glaube, mittlerweile, als ob sie die Aufgaben gelöst haben. Als ob sie die Aufgaben gelöst haben. Ey, ich hab mir so schön Zeit gelassen, dachte mir, komm, ich musste noch einen töten. Ja gut, dann würde ich sagen, eine Runde geht noch. Ja. Bin mal gespannt, wer jetzt wird, ne? Und ich bin's auf jeden Fall nicht geworden. Wer ist es? Noch nicht. Faro. Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott, ich hab so eine ganz kleine Sicht, merke ich gerade. Ich glaube, Dennis, nee, Dennis ist immer muted. Dennis ist bestimmt wieder da. Nee, nee, Anja. Anja ist es? Jo. Okay, also von den Aufgaben her ging es, glaube ich, fit, oder? Oder waren es zu viele? Ja, ja, war, glaube ich, gut. Ist das normal? Ja, ich meine, wenn du komplett geraged hättest, hättest du es, glaube ich, easy geworden. Ja, ja, klar, also ich hab jetzt nicht so übertrieben. Was wolltest du sagen, Anja? Okay, Anja hat sich wieder gemütet, perfekt. Wir haben halt auch eine relativ kleine Sicht als Crewmate, das ist relativ hart. Die müsste eigentlich höher sein. Ja, ja, ich hab das auch jetzt bemerkt, deswegen, das ist eigentlich, also der Imposter hat eine richtig krasse Sicht, deswegen eigentlich ist das falsch herum, glaube ich. Aber ja, am Anfang hat er eine kleine und dann so umso größer wird die halt. Nee, nee, der hat eine richtig große sofort von Anfang an. Echt? Ah, okay, okay, dann hast du es, glaube ich, einfach verdreht, ja. Ich hab's falsch eingestellt, ne? Nice. Ups, äh, gut, hab ich gesagt. Also eigentlich hat der, hat der, äh, ja, der, der Gigant einen richtig krassen Vorteil, so wie es gerade läuft, aber gut. Was steckt an der denn? So? Reboot? Nein, 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 nein. Edmund, ah, nein. Edmund, wo ist Edmund? Alter, Pharoah, du willst jetzt sterben. Oh no. Ich wollte oben drüber durchlaufen. Oh oh oh. Es ist rechts. Okay, ich pass auf, ich hoffe, Anja verschont mich auf Ehre. So, Lichter fixen. Ah ne, sind gar nicht Lichter, wahrscheinlich steht jetzt in Communications, oder? Oh, Anja, oh mein Gott, Anja, warte, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Wo, 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 wo? Bei Communications, aber ich glaube, sie hat mich verschont, damit ich mal ne vernünftige Runde hab. Nein, Anja, nein, geh zu, geh du zu Anja, Danny, geh du zu Anja, du gehst zu ihr, nicht ich. Also, jetzt hoch, Reboot Required. Hab ich doch, ist er rebooted, was ist das für ein Müll? Keine Ahnung, wie die Aufgabe gehen soll, diese Reboot-Aufgabe da in Communications. Hat die einer gemacht? Nö. Ja, du musst ne Minute warten halt. Ach so. Ach, die Zeit, ah, eine Sekunde, wenn wir warten müssen, ach so, ja, sag das doch. Manchmal lost, okay. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie Pat, nimmt seit 8 Monaten jeden Tag Among Us-Content auf, weiß nicht immer noch nicht, wie die Plasks gehen. Ja, ey, also, ich sag mal so, ich kann das erklären, ne, also, so ist es ja. Ich muss sagen. Die Prozent, ähm, Poste schon zerregelt. Ich glaube, ich hab in 80 Prozent immer auf der Map des Scales gespielt, wirklich. Also, dass wir auf Polos, Myra HQ oder Ersche, ach, Ersche brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist sowieso nicht, aber, aber, dass wir mal auf... Oh nein, 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 oh Gott, Edmund, 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 Rennen, Leben. Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Wer lebt denn, ja, du lebst noch, Pharoos, genau. Ich glaube, sie muss noch einen essen. Einen aufessen? Noch einer muss. Wie groß ist denn schon Anja? Groß. Sehr groß? Genau so groß wie Com's. Genau so groß wie Com's. So groß? Wo ist denn Anja? Wo ist sie hin? Es ist gewandet. Also, oh, oh. Guck mal, wo sie... Unter Storage, unter Storage. Oh nein, ich hab ruhig was gesehen irgendwo. Jetzt Electrical. Please wait, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, Electrical, ich will nämlich mal sehen, wie groß Anja ist. Oh mein Gott, ist die groß? Was? Alter, Junge, krank, der... Ich sehe einfach nur noch die Ohren von ihr, oder... Gut, die hat gar keine Ohren, nee. Oder? Nein, die hat keine Ohren. Doch, die... Doch, sie hat die Katzenohre, natürlich, wollte ich schon sagen. Und wie geht denn diese Aufgabe? Kann doch nicht wahr sein. Please wait, ich hab schon so lange gewartet. Reboot WiFi, mach ich doch. Du musst es einmal runter machen, dann eine Minute warten und dann wieder hochziehen. Jetzt! Okay, jetzt geht's. Perfekt. So, eine Aufgabe fehlt mir noch. Habt ihr alle eure Aufgaben schon fertig? Fertig. Ich glaub, Kerbo hat noch ein paar Aufgaben. Das heißt... Anja, 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 Anja! Oh, oh nein! Boah, wie groß war denn Anja jetzt? Es war nur ein fetter Pixel. Ach, du Heilige. Wie groß warst du? Wie viel Meter? Zwei. Zwei Meter? Komm, 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 komm. Ja, zwei Meter. Ja, gut. Dann würde ich sagen, eine Gigantenrunde, eine normale Runde. Äh, auf jeden Fall lustig würde ich sagen, ne? Zwei. Zwei. Lidlbitsch. Zwei. 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 Zwei.